Wir machen erst zum Beispiel den Zuschuhstoppel nach Moschee. Was dann? Ich hab'n Reifen zu wenig. Hast du noch Vorrang? Ja, ziemlich gut. Wer lehnt aus? Was? Nein! Und du hast mich überfahren. 75 Meter! Right up ahead! War das nicht geplant? 75 Meter! Run! Direkt bei meinem LKB. Ach, reifen wir euch? Ja. Vor meinem LKW im Hof. Zwei Mann. Rechts jetzt. Rechts die Straße lang. Komm Carl! Hold'em!